Und herzlich willkommen hier zurück bei Let's Play Together Org's Buster 2 mit Kleinlis und Scarlet Annie. Wuhu! In der Rena! Genau, immer noch im Clash of the Modus. Äh, zwei Tore, zwei Portale hat man ja schon gesehen gerade. Also doch. Ja, da geht's einmal lang, da geht's einmal lang. So, dann kommst du einfach nicht durch das Portal, hier wo? Ich schätze mal, die rennen überall lang. Aber was sehen wir denn oben? Die kommen gar nicht hoch. Kommt man hoch? Irgendwo? Ich seh ja nicht. Wenn man hier durchrennt. Wo soll man denn jetzt nach oben gehen? Versteh ich auch nicht. Ich guck mal eben ins Rüberbuch. Komm in die Gegend da! Wir haben die kleinen Kobold-Läufer dieses Schnellen. Durch welches Portal bist du gegangen, sodass du hochgekommen bist? Dass was gegenüber liegt? Von der Mitte? Jetzt will ich verarschen, wo denn? Hier? Egal, dass ich rechts durchgehe, ich komm nur unten zwischen dem Portal. Wo? Links von dir! Ja? Schätzle! Wo denn? Andere Seite? Ja, ja, ja! Da? Ja, ja, hallo! Hallo! Und wo soll ich reingehen? Hier, wenn du da reingehst, kommst du genau darüber oben raus. Nee, komm ich nicht. Geh doch mal einmal rein! Hallo! Sollen wir gleich wieder raus? Was denn du? Ich renne rein! Äh, na gut jedenfalls, ich bin hier oben! Ich guck nicht! Es funktioniert bei mir nicht! Achso, warte mal, wenn ich das hier drüben mache? Vielleicht komm ich nur auf der Seite hier hoch. Nee! Bei mir sind die Fortale leicht verpackt, tut mir leid. Ich weiß gar nicht, was wir da oben sollen! Ja, kannst du von oben halt runter schießen! Nee! Auf beiden Seiten! Das ist voll im Arsch! Was denn, wo wir jetzt bauen sollen? Also ich würde sagen, jeder nimmt sich so eine Seite hier. Ja. So wie wir gerade stehen. Kannst du, ähm, vor beide Portale irgendwie so ein bisschen Thermen machen? Na sicher doch. Das wäre wieder voll cool. Hier direkt so vorne, und dann noch in die alte Zeile hier. Ich weiß gar nicht wohin. Kannst du hier hin? Drei nebeneinander so. Drei? Drei? Ja, drei hier. Ja, genau, noch eins. Ja, genau da. Und dann daneben. Wir haben aber auch gerade Cash Money ohne Ende bekommen. Oh, ich seh's. Oh, klasse. Ja, dann nehm ich gleich das hier, ne? Hm. Ja, das müssen wir mal zur Seite packen, ja. Die sagst, sie werden hier einfach wie wild um sich herumlaufen ohne Ende. Ja, das sowieso, ne? Und dann mal gucken. Ach, herrlich. Ach, kacke. Zwei Pfeile nochmal. Ach, kacke. Ich hätte vielleicht auch hier was hin machen sollen. Ah, es wird schon gehen. Die werden schon gerade auslaufen. Ich werde schon schnell wieder Geld kriegen. Ja, das, äh, bestimmt. Achso, die kommen ja erstmal bei dir raus. Ich hoffe, es wird niemand verlässt. Ach, nein. Ach, nein. Tu ich nichts. Nur immer her hier. Das ist schön. Na dann, dann rett uns mal alle um. Hier sind zwei Fallen. Hm. Die rennen auch bestimmt hier gleich rechts um die Ecke. Aber dann würde ich mir geradezu was hinstellen. Ja, fällig. Spielvolles Ding. Uäh, du hast die vor der Feuerwand in Stein verwandelt. War doch schon besser. Oh, ordentlich. Oh, ja. Wenn wir unsere Kräfte kombinieren, dann sind wir noch einsam. Oh, meiner. Meiner, meiner, meiner. Ja, klar. Hast dir wirklich verdient. Cool, gleich mal Geld bekommen. Ein paar neue Pfeilen hinpacken. Herrlich. Einfach nur. Herrlich, okay. Ich kann mir nur eine hinpacken, aber auch. Gleich wird's ungemütlich. Ja. Zwei. Kommt her. Kommt her. Ich möchte euch in Flammen verwandeln. Noi. Oh, Anni. Muss warten, bis sie im Teer sind. Und sie dann versteinern. Naja, egal. Sie brennen so oder so. Auch wenn sie Stein sind. Das ist ja realistisch. Ja, super. Kommt, you mum. Ja, einstreten. Das ist so süß. Scheiße, beide Seiten. Ich bin so am Arsch, ich bin so am Arsch. WAAH! Kacke! Oh, fuck. Nein, nein, nein. Achso, okay. Alles gut. Oh Gott, hier ist ein Knäuel hinter mir vorbeigerannt. Ja. Ist der. Aber der war gut. Zumindest in dem Moment. Renn mich auf deiner Seite noch lang. Die hast du. Ich hab sie. Ich hab sie alle. Wir rennen nur zu meinem Dummy. Ist alles guuuuut. Paar Sekunden Pause. Dankeschön. Jetzt bin ich wieder glücklich. Das war die falsche. Wer würde den nicht gerne töten? So. Man weiß noch nicht wohin mit dem ganzen Zeug hier. Naja, ganz genau. Muss ich das mal gut überlegen. Ah, mein Arm tut wie der komische Linke. Oh. Na gut. Für mich sieht's ja alles so ordentlich aus. Ich seh da drüben nur so ein paar wilde Punkte. Boah. Hehehe. Ist das alles? Oh Gott. Ich hasse sie. Ich hasse sie einfach. Oh ja. Also bei mir kommt auch gar nicht. Ich kann eigentlich hierbleiben. Die sterben schon vorne beim Eingang. Kommen gar nicht richtig rein hier. Na gut, kommt man noch ein bisschen ins Tear hier. Lass es doch mal. Oh, da dürft ihr euch wohlfühlen. Ist warm und feucht und mhm. Oh, gut her. Ich kann ewig so weitermachen. Oh, no, 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 no. Es geht echt zügig hier. Zackig. Ja, gefällt mir. Zeit für ein Gemetzel. So, kommst du bestimmt jetzt hier, ja. Ja. Ah fuck, falsche Waffe. Oh Gott. Und jetzt hab ich natürlich keinen Zauber hier. So. Meine Bitte. Ach ja. Die sind auch gar nicht hier drinnen. Wo sie überhaupt da rauskommt. Ich glaub du kannst einfach was an den Wänden an den Seiten bauen. Ja, kann ich auch, aber... Hab ich bisher versorgen. Oh, mach ich das durch. Ich muss das noch mal machen. Ja, das allerliegt. Jo. Das ist voll knuffte. Knuffte, buchte. Ah. Ich hab nur eins gehabt für meinen. Los geht's. Oh. Hehehehe. So. Na gut, herren Kollegen. Wollen wir mal anfangen. Ich hoffe, das hat sich gar nicht gelohnt hier. Haha. Ich liebe diese Feuerwaffe. Wirkt ja also Feuerwaffe. Oh, kleine. Wir können die wieder ausrassen hier. Scheiße. Dann kommen wir bestimmt auch gleich bei mir. Ja, da kommen wir schon, oder? Das sind so viele. Kacke. Die rennen ja alle durch. Oh, fuck. Nee, doch nicht. Alles gut. Hast du es noch erwischt? Scheint so. Wenn da einer war. Ja. Ich denke, ich glaube wirklich nur einer. Oh. Ja, ja, ja. Alles gut. Super. Wow. Alles gut. Das wird nicht unbedingt angenehm. So. Nimm mal Linka. Ciao. Machen wir ihn jetzt noch soo. Schönes. Ja ne? Schwierig. Man muss es auch gut abwägen. Odi... Die Stage hier gefällt mir auch wieder sehr gut Man sieht man sich jedes Mal so was anderes einfallen lassen, kerre. Das ist grad wirklich nice hier Ja Fällt doch, wenn meine Portale für mich ein bisschen verpackt sind halt, ne? Ja, aber mit Maladszy hat's scheinbar eh nicht ganz so Von daher! TschüüüÖ Das ist unglaublich Matthew, durch Jahre?! Das ist einfach ein Traum, sage ich dir. Ich habe auch durch das Feuer immer sehr geile Kondos, muss ich sagen. Ja, mir fehlt immer so ein bisschen was hier im Eingang, was dich noch so ein bisschen schädigt. So wie das? Ja, sowas irgendwie. Oh, ich liebe. Das ist pure Liebe, sage ich dir. Ich glaube, dieses, meine Sachen von wegen, dieses Einsteinern, Versteinern, haut auch schon rein. Ja, das stimmt. Nicht beruflich, wenn ihr soweit seid. Boah, ich kann hier nicht mehr viel bauen. Gesehen davon. Boah, wie sie alle brennen. Hm. Oh ja. Ich brenne. Ich bin hier wieder. Oh, ein so ein Ork fühlt sich besonders toll. Haha. Das ist herrlich. Hä? Bob, keine Ahnung. Jetzt so. Nee. Was war das? 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 Na? Wo ist er denn? Jetzt komm mal hier. Oh, oh, ein Ogre. Jetzt wird es hier ganz anflussvoll. Tot ist er. Haha. Ernsthaft, ich hätte die Flammenwaffe schon viel eher nehmen sollen. Das ist... Ich denke gar nicht daran, mir mehr Waffen zu nehmen. Haha. Oder irgendwelche anderen überhaupt. So Abwechslung kenne ich nicht. Ist egal. Oh. Oh. Ey. Was ist das? Das war so gemein. Hab ich den jetzt genommen? Ja. Echt? Ich habe nur gehört, wie du dich auch so... Oh, das ist aber gemein. Ja, aber ich bin nicht durchgerannt eigentlich. Ich sag ja hier, das war wieder so ein Kleiner, der sich mir wieder... Ach, jetzt zu jetzt aber. Nein. Ey, was? Nein, ich wollte dich nicht. Ich wollte eigentlich ein Feuer machen. Das macht die mit Absicht. Da jetzt aber. Nein, ich hole ihn dir. Das ist ein Vibe-Stück hier. Ich hoffe, nein. Oh, ich kann es aber auch. Ich habe es aber auch verzeugt. Das wollte ich schon. Ja, ein Dienseher kriegst du. Ich kann es nur rüberkommen. Aber jedes Mal hätte die jetzt den letzten... Aber ich hätte sie hier... Ich wäre sie besucht, hätte sie aus dem Zimmernzeater oder das hätte sie auf dem Fenstergehalten. Was hast du schon getan? Eliminieren. Ja, vom Feinsten. Ich will eigentlich nichts bauen. Ach, komm, ich komme zu dir rüber. Ich baue hier ein bisschen bei dir was. Ich baue dir hier einen Dummy. Jetzt auf einmal werden wir vielleicht hier freizügig, ja. Bei mir ist kein Platz mehr zum Hinbauen. So Platz hast du immer. Hab dich mal nicht so. Du musst alles hier ordentlich vollbauen und dann... Ey, da bauen wir hier alles voll. Ich muss ein bisschen die Heimbatschen. Du hast gesagt, ich soll es voll behalten. Jetzt habe ich es voll verpüren. Was soll dein Säurefallen? Hast du die schon überall hingebaut? Ja, ne. Der ist doch voll viel frei. Was muss denn mit Säurefallen? Hier ist an den Wänden alles voll mit Säurefallen. Du kannst doch hier alles vom Portal noch hier in die Wände einbatschen. Da, rechts, nicht? Du kannst doch da eh nicht hin. Ja, aber Mädchen, wenn es denn mal so um und passiert. Komm, letzte Runde schaffen wir auch noch. Ah, Gott. Oh, Mann. Das ist auch voll gut für die Kleinen mit Feuer. Was sagst du? Die rennen rein und... Alter! Das sind auch so viele hier gerade. Die rennen rein und... Der rennt gerade alle durch. Der ist einer durch. Der ist einer durch. Der ist einer weg. Er ist nicht durch. Das wird irritiert. Die sind gerade voll irritiert. Oh Gott. Gegen die Party weiter. So. Ey, die Feuerwand für die Kleinen. Die rennen wirklich rein und sind tot. Unglaublich. Das ist eine richtige Wand. Das ist das, was eine Wand sein müsste, wa? Oh, ja. Ich glaube, da wollten einige springen und sind irgendwie nach oben gekommen. Die habe ich irgendwie so leicht versteinert und das ist irgendwie komisch aus einfach. Ich kann ja vor allem nicht lang stehen. Juhu. Ja komm, viel halten sie doch auch nicht mehr aus. Na? Das war's. Na, dankeschön. Ja, super. Wieder ein Level geschafft. Boah, wie lange haben wir jetzt gebraucht in Minuten? Nee, 13 auch. Ach, naja, kurze Videos müssen auch immer sein. Himmlisch. Ja, die Part sind jetzt alle irgendwie so, ne? Na, ist doch aber angenommen, oder? Ich meine, ich kann mich nicht vorstellen, dass es jetzt die ein oder andere total nervt. Oh, keine halbe Stunde Video. Ja, genau. Nö, ich denke, das ist in Ordnung so. Das sieht cool aus. Die werde ich mir jetzt auch noch anlegen. Die ein Elektrobrutzler. So ein Deckenfalle. Ja, das hatte ich ja auch nicht überlegt. Gegen Fliegler. Ich glaube, die haben sogar schon freigeschalten teilweise. Na, die hau ich mir jetzt hier hoch. Können an Wänden platziert werden. Das wird richtig geil noch. Oh, mhm. Oh, mhm. Elektrobrutzler. Gut. Ja, dann bis zum nächsten Mal mal wieder. In der Arena haben wir es erfolgreich bestanden und so. Ja. Na gut, bis dann. Ciao.